So, hi! Wir sind wieder da. Heute hoffentlich einigermaßen pünktlich mit dem nächsten Teil der Mr. Fizzles Talkshow. Der Trojanische Krieg. Immer noch nicht vorbei. Ist ja auch logisch, denn wir sind unter Belagerung und solange wir unter Belagerung stehen, werden auch diese Videos nicht aufhören. Die Belagerung von Trojan hat zehn Jahre gedauert. Ja, aber wir haben ja jetzt schon neuneinhalb davon hinter uns. Das ist ja so, dass sich am Ende irgendwie die Ereignisse überschlagen oder die Leute sich auf die Füße treten. Der Lagerkoller bricht aus. So in der Art, ja. Wie dem auch sei, sind wir wieder zurück mit dem neuesten Video in unserem HCU. Ja. Dem Hellenistic Connected Universe. Und zwar mit dem nunmehr zehnten offiziellen Teil unseres Crossover Boss Battles. Mit dem heutigen Titel, die Stunde des Patroklos. Das ist aber auch wirklich nur ungefähr eine Stunde. Also wir sind in der Stunde ungefähr fertig. Und in dem Sinne sagen wir jetzt gleich schon mal Adieu, Patroklos. Keine Gruß. Nach der Stunde sehen wir dich wahrscheinlich nicht so viel wieder. So. Wo waren wir stehen geblieben? Bei einem ziemlich wütenden Zeus. Richtig. Der aus tiefem Schlummer erwacht ist, in den Hera ihn geschickt hatte. Das war so. Jetzt muss ich es bloß finden. Da ist Zeus. Der ist noch nicht wütend. Ja. Ich glaube seine Füße sind abgeschnitten beim aktuellen Bildausschnitt. Seine Füße sind abgeschnitten im Bild. Oh, das ist ein bisschen viel vom Bild weg. Dann werden wir mal kurz das Bild nachjustieren. Oh ja, ich sehe es. Wir justieren das mal kurz nach. Na komm schon. Den oberen Bildrand brauchen wir nun wirklich nicht. So. Ja, jetzt passt es. Da haben wir gesehen. So. Ja. Ähm. Ja. Weil Hera hatte ihn ja durch den Gott des Schlafes den tiefen Schlaf versetzt, um den Griechen und Poseidon ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil die ja beim letzten Mal echt böse aufgerieben wurden von den Trojanern. Und naja, wie das halt beim Göttervater so ist. Dieser Schlaf hat nicht sehr lange gedauert. Er ist aufgewacht, hat ziemlich schnell begriffen, dass ihn seine Frau mal wieder verarscht hat. Das ist nämlich nicht das erste Mal. War ja auch eine lange Ehe. Und sie geht seit Anbeginn der Menschheit. Ja gut, und sie muss ja wirklich eine Menge Mist von ihm mitmachen. Ja, das auch. Ähm. Und der einzige Grund weshalb Hera an der Stelle nicht von Zeus in irgendeiner Art und Weise bestraft wurde, ist, dass sie immer noch den schönen glitzernden Liebesgürtel von Aphrodite trägt und Zeus nach wie vor ihr verfallen ist. Das letzte Mal wurde sie an den Arm aufgehängt und an den Füßen hatte sie dann Ambosse. Ja. Und da hing sie dann. SM auf Griechisch. So. Gut. Und sie versucht ihn halt noch zusätzlich zu besänftigen, indem sie ihm sagt, du, ich war das nicht, der Poseidon gesagt hat, er soll jetzt den Griechen helfen und wenn das sein muss, dann beweise ich dir auch, dass ich auf deiner Seite bin und rufe Poseidon zurück. Und Zeus hat sie direkt, ja, bei diesem Angebot, äh, wie sagt man? Beim Wort genommen. Danke. Ausgegriffen. Danke. Wortfindungsstörungen. Und sagt, okay, dann schickst du jetzt mal bitte direkt Iris zu Poseidon und den Apollo zu Hector, damit der Hector wieder zusammen fliegt. Und das hat Hera dann auch gemacht. Sie ist auf den Olymp zurückgekehrt, wo die Leute das gemacht haben, was man in Quarantäne oder Hausarrest anscheinend so macht. Sie haben getrunken. Sie haben ein riesen Fest mal veranstaltet und haben sich gefreut, Hera zu sehen und wollten sie eigentlich direkt zum Mitfeiern einladen. Und, ähm, ja, Hera hat aber, wie gesagt, Iris, wie gesagt, hey, sieh zu, dass du zu Poseidon kommst. Das ist alles schön. Äh, Moment, wo bist du? Apollo? Ne, ich will das ein paar mehr. So, sie soll zu Poseidon. Genau. Und, machen wir doch erstmal Iris bei Poseidon. Ähm, ja, Iris ist direkt los. Ähm, und hat ihm mitgeteilt, dass Zeus ihm sagt, er soll sich jetzt völlig zurückziehen. Das hat Poseidon überhaupt nicht gefallen und er hat ihr ziemlich frech geantwortet. Nämlich, dass Zeus ist a sein kleiner Bruder und hat ihm da überhaupt nichts zu befehlen. Und b ist er genauso ein Herrscher über die Erde wie Zeus. Und Zeus hatte ja bloß das Glück, dass ihm, äh, durch das Los der Olymp zugeteilt wurde. Aber, Zeus soll nicht vergessen, dass er und Hades mindestens genauso mächtig sind. Und, ja, Iris war darüber etwas, äh, irritiert und hat ihn auch gefragt, äh, ist das das, was ich Zeus ausrichten soll? Poseidon hat sich das nochmal überlegt und gesagt, äh, ne, lieber nicht. Ähm, okay, ich gehe, aber du kannst ihm ausrichten, dass, ähm, Zeus es nicht übertreiben sollte. Weil, wenn er die Griechen jetzt tatsächlich verlieren lässt und Troja nicht untergeht, wie es ursprünglich beschlossen wurde von den Göttern, dann verscherzt er sich, verscherzt er sich halt mit allen Göttern auf griechischer Seite. Und, äh, das gibt dann Krieg auf dem Olymp. Also es ist eine etwas verholenere Drohung. Ja, bei der man sich auch direkt rauskriegen kann auf die Letzten des Mächtigsten aller Göttinnen überhaupt, nämlich die Schicksalsgöttinnen, dagegen können auch die Götter nichts machen. Ja, aber, ja, Poseidon war nicht so begeistert, dass sein kleiner Bruder ihn wieder in den Hausarrest schickt. So, er hat sich dann auch ziemlich schnell getrollt, ist direkt im Meer abgetaucht und verschwunden. Und das haben die Griechen auch gemerkt, weil es ging dann wieder weniger gut auf ihrer Seite weiter. Hm. Ja, dann wird, wie gesagt, Apollo, blub, blub, blub. Ähm, ja, äh, von Hera wird dann eben auch Apollo losgeschickt, weil der soll ja Hector wieder zusammenflicken. Wir erinnern uns, der hatte von, äh, dem großen Ajax einen ziemlichen Felsbrocken abgekriegt bekommen. Und musste bewusstlos zurück nach Troja gebracht werden. Wow. Und, ähm, dort findet ihn Apollo dann auch und Hector ist erstaunlicherweise schon wieder ziemlich fit. Also er kann schon wieder alleine stehen, er, er sieht wieder klar, er kriegt Luft, er spuckt kein Blut mehr. Ähm, und er erkennt in Apollo einen Gott, aber weiß nicht welcher. Und... Wahrscheinlich hat er wieder auf die Daten geschaut, ne? Ja. Oder so, aber es war ja nicht er, weil mein Gott offensichtlich hatten mehr Leute das Talent. Ja. Äh, ich mein, er stammt aus einer Familie, wo es den ja gab. Ja, stimmt. Ähm, und weil er eben nicht weiß, welcher Gott hier zu ihm spricht, fragte ihn, ob er jetzt gerade gekommen ist, um ihn in die Unterwelt zu bringen. Also, ob er jetzt heute noch sterben wird. Mhm. Und Apollo erstmal so, ne, ne, keine Sorge, heute nicht. Äh, an der Stelle hätte man aufhorchen sollen. Ähm, und er erklärt ihm halt, dass er von Zeus geschickt wurde, um ihn zu beschützen. Und er zückt ein goldenes Schwert, mit dem er, äh, für Hektor kämpfen wird und die Griechen vertreiben soll. Hektor ist daraufhin nochmal ein Stückchen fitter, weil er springt dann sofort auf seinen Streitwagen und zieht wieder in die Schlacht. Zum großen Entsetzen der Griechen, die ja eigentlich alle mitgekriegt haben, dass, äh, Hektor vor wenigen Augenblicken noch unter einem Fels begraben war. Und bewusstlos abtransportiert werden musste. Mein Gott, er hat mal so einen Kiesel auf der Erde gekriegt, ne. Und das, das goldene Schwert ist nicht das Einzige, was Apollo hat, sondern er hat dann anscheinend auch noch, ähm, seiner Schwester Artemis ihr ein Schild geklaut. Weil es wird ja auch beschrieben, dass er das Ägis, so, ne, Ägis, 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 das ist lang, ne, Ägis. Äh, das Ägis-Schild trägt und das ist das Schild, ähm, mit dem Medusenhaupt, das ja eigentlich Athene gehört. Aber, naja, wenn Papa Zeus sagt, Apollo darf, dann, was will man machen, ne. Ja, wie gesagt, die Griechen sind erstmal ziemlich entsetzt und informieren schnell ist möglich ihre Fürsten, von denen ja die Hälfte, äh, ärztlich erstmal versorgt werden muss. Und es wird beschlossen, dass das einfache Fußvolk sich jetzt zu den Schiffen zurückziehen soll und dass die letzten verbliebenen, noch kampfestüchtigen Helden und Fürsten einen Verteidigungswahl gegen Hector bilden, weil, hey, kommt schon, er kann uns nicht alle umbringen. Tja, ich denke, das sieht Hector anders aus. Ja, und, und vielleicht hat er ja Angst vor uns, war so die Aussage, vielleicht ist er nicht mutig genug, um es mit uns allen aufnehmen zu können. Ja, wie sieht das jetzt aus? Hector sitzt auf, äh, steht, sitzen ging ja auf den Streitwegen nicht, ähm, Hector steht da auf seinen Streitwagen, Apollo neben ihm allerdings in dunkle Wolken gehüllt, oder in dunklen Nebel, da wechselt sich das manchmal ab. Wie gesagt, er hat den Schild von Athene in der Hand mit dem Medusenhaupt und er muss diesen Schild bloß den Griechen vorhalten und sofort suchen die ihr Heil in der Flucht. Das ist auch besser so, weil, wenn man auch nur das Bild, in diesem Fall, vom Kopf der Medusa sieht, würde man sonst zu Stein erstarren. Ja, ja. Und, ähm, wir erinnern uns, Apollo war ja auch der Gott, also, ja, der Gott von Fein und Bogen, kann man jetzt nicht sagen, weil Artemis ist ja auch jagend unterwegs, aber er war ein Gott, der sich ziemlich gut aufs Bogenschießen verstanden hat. Ja. Und das hat zur Folge, dass alle Geschosse, ob jetzt Fein und Bogen oder, äh, Wurfsperre, auf Seiten der Trojaner zielsicher, äh, die Griechen treffen. Jedes Geschoss von trojanischer Seite aus hat getroffen. Und, ähm, Hector lässt sich tatsächlich so gar nicht von, äh, dem Heldenwall der Griechen abschrecken, sondern wütet ziemlich übel unter den Griechen. Begleitet von Brüderchen Paris und seinem Kumpel und Schwager, Aeneas, weil Aeneas war ja mit einer Tochter des Priamus verheiratet. Ähm, und Hector macht auch eine ziemliche Ansage an, äh, seine Soldaten, nämlich, dass sie jetzt das, ähm, Plündern der Leichen jetzt erstmal sein lassen sollen und gefälligst jetzt mit ihm zu den Schiffen, weil es gibt Wichtigeres zu tun und sie wollen jetzt endlich diese Schiffe erledigen. Und da ja die ganze Zeit eigentlich munter geplindert wird, ist das schon eine Aussage. Ja. Ähm, ach ja, hihihi, ähm, als nächstes wird dann beschrieben, dass Apollo, weil wir erinnern uns, das Lager der Griechen ist ja eigentlich immer noch von so einem Graben umgeben, wegen dem man ja mit den, äh, Streitwegen bisher nicht durch konnte. Und Apollo, ähm, stampft mit seinen Götterfüßen den Graben ein, also... Ja, ich, ich frag mich jetzt bloß grad, ob ich mir das vorstellen muss, wie im Opening von Life of Brian, dass dann einfach so ein großer Fuß vom Himmel kommt. Ähm, ja, also er stampft diesen Graben ein, schafft dadurch eine Brücke, sodass man ab jetzt auch bequem mit dem Streitwagen rüberfahren kann. Die Mauer ist ja eh schon, äh, zu einem guten Stück eingefallen. Ähm, er lässt diese Mauer noch weiter einstürzen, indem er ihr den Schild mit dem Medusenhaupt vorhält und dadurch kracht die Mauer dann endgültig ein. Und, ähm, ja, die, die Griechen, die vor den Trojanern geflüchtet sind, werden daraufhin bei den Schiffen zusammengedrängt, und flehen zu den Göttern, dass man doch Mitleid mit ihnen habe und nicht den Trojanern zum Fraß vorwerfe, und flüchten sich teilweise dann auf die Schiffe, was ne blöde Idee ist, weil die Schiffe sind aus Holz und können in Flammen, in Brand gesetzt werden. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir gelernt, in Star Wars, I have high ground, ähm, das ist offensichtlich mega wichtig, dass man ein, zwei Meter über dem Gegner steht, und das macht's dann aus. Hm.. 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 So.. Kann ich meine eigene Schriften... A... Für Arztin... Das war's. Ja! Meanwile! Wir haben das letzte Mal erfahren, dass Patroclus doch gebeten wurde, Also A hat Achill der Ursprung losgeschickt, dass er rausfindet, wer denn jetzt alles verletzt ist, damit Achill weiß, ob er sich Schadenfreude walten lassen kann oder ob er sich um einen Freund Sorgen machen muss. Und auf seinen Weg hat Patroklos gesehen, dass Odysseus, Agamemnon, Diomedes und noch so ein paar Helden eben schwer verwundet wurden. Und im Moment nicht kämpfen können. Und er wurde von Eurypylos, der das Pech hatte, einen Pfeil in die Wade zu bekommen, gebeten, ihn doch zu verarzten. Weil der Mann gehofft hat, nachdem Patroklos ja so gut befreundet ist mit Achill, hat er ihn doch bestimmt in die Heilkünste von dem Zentaurin Chiron eingeweiht. Und unter dem Achill ja eine Zeit lang gelernt hat. Und während Patroklos eben den Arm Eurypylos verarztet, geht an ihm nicht vorbei, dass offensichtlich das Lager der Griechen jetzt gestürmt wird. Also, es wird mit einigem Lärm von Gang passiert sein. Ja. Und, ähm, deswegen wendet er sich dann von Eurypylos ab und rennt los, um Achill doch noch zum Kampf zu überreden. Weil, jetzt wird's ernst, die Trojaner kommen an die Schiffe ran. Die Schiffe sind ja das Einzige, mit denen sie wieder nach Hause kommen können. Ja. Ähm. Währenddessen versucht Ajax, Hector mit einem langen Speer von den Schiffen fernzuhalten. Aber, äh, die beiden sind sich da ziemlich ebenbürtig. Ähm. Was einerseits heißt, Ajax schafft es nicht, die Trojaner zu vertreiben. Aber die Trojaner schaffen es auch nicht, Feuer, äh, bei den Schiffen zu legen. Du bist du, du bist du. Und, ähm, sein, Ajax hat einen Bruder, einen Halbbruder, den Teutzer, war das sein Halbbruder? Ja, das ist sein Halbbruder. Halbbruder. Ähm, der war ziemlich gut mit Fahnen und Bogen und versucht, so gut er kann, zu helfen. Äh, was Zeus nicht so gefällt. Äh, als Teutzer auf Hector anlegt, lässt er seine Bogensehne reißen, worauf er in Ajax ihm sagt, Schnapp dir bitte, äh, Schwert, Speer und Schild, weil mit Fahnen und Bogen gewirrt das hier offensichtlich nichts. Ähm, Hector ist nach dem Erlebnis hochmotiviert, weil Zeus offensichtlich immer noch auf ihrer Seite steht. Verkündet das auch lautstark. Und, ähm, muss mal kurz schauen, hab ich hier was vergessen? Ah ja, das kommt dann ja später. Ähm, genau. Und während Hector halt seine Leute motiviert, versucht Ajax, ähm, die Griechen wieder ein bisschen in Kampfeslaune zu versetzen. Oder ihnen zumindest klarzumachen, Leute, wir müssen jetzt kämpfen. Weil es geht jetzt darum, ähm, die Schiffe zu verteidigen oder zu sterben. Weil das Problem ist ja, wenn keine Schiffe mehr da sind, können sie nicht nach Hause. Und, äh, durch die Trojaner durch, äh, blöde Idee das. Ähm, und er verkündet eben auch lautstark, er hat keine Lust, durch Luschen zu sterben, die auf die Hilfe der Götter angewiesen sind. Weil jetzt die Griechen zwischen den Schiffen verstecken. Genau. Ajax versucht also seine Freunde zu motivieren, während Hector mit seiner Verwandtschaft ankommt. Und wir kriegen ja auch eine kurze, schöne Beschreibung von Hector, der von den Göttern gestärkt wird. Nämlich, dass er Schaum vorm Maul hatte, rotglühende Augen, wirres Haar. Unter dem Helm. Ähm, ja. Also das Haar ist im Wind in alle Richtungen gestoben. Also das muss ziemlich irre ausgesehen haben. Und das Ganze spielt sich noch vor den Schiffen ab. Zumindest im Moment noch. Weil, ähm, irgendwann, äh, wird's den verteidigenden Griechen zu viel. Die sind völlig geschockt von was, von dem, was sie da auf sich zukommen sehen. Nämlich eben, eben jeden Hector. Und, ähm, ja, die, die fliehen dann weiter zwischen die Schiffe zurück. Ähm, ein Griechen schafft es noch, Hector eine Lanze in die Brust zu bohren. Das interessiert Hector aber überhaupt nicht. Und, auf Seiten der Griechen versucht Nestor dann, die Truppen weiter zu ermutigen. Wir erinnern uns, Nestor, der alte Haudegen, der immer wieder ankam mit, Ach, wenn ich noch so jung wäre wie ihr, dann würde das hier ganz anders aussehen. Ja, und jetzt können wir noch mal, ähm, zurück zu den Schiffen. Weil, nämlich, äh, ja, wie gesagt, die Griechen haben sich dann zwischen die Schiffe zurückgezogen und, ähm, Ajax, der Große, kann ja schlecht alleine, ähm, sich den Trojanern entgegenstellen. Stattdessen hat er sich jetzt ein 22 Ellen langes Ruder gegriffen. Das sind etwa sieben Meter. Ja. An denen noch Eisenringe dran hingen. Ähm, das hat er in der rechten Hand getragen und ist damit dann von Schiff zu Schiff gesprungen, um die Griechen, äh, ja, deutlich daran zu, also zu ermutigen, indem er ihnen klar gemacht hat, Leute, wenn die Schiffe brennen, gibt's für uns keine Rettung mehr. Wir können nicht zu Fuß über das Meer zurück nach Griechenland. Und Tektor wird uns bestimmt auch nicht irgendwie, äh, fröhlich bei sich empfangen. Und da ist er dann wie so ein, also es wird, äh, beschrieben, dass er wie ein, ähm, Reitartist, der von Pferd zu Pferd springt, da von Schiff zu Schiff springt. Was echt heftig ausgesehen haben muss. Ich mein, ihr habt ja einen Riesenkerl mit einem, mit einem Riesen, äh, Ruder in der Hand, der euch anbrüllt. Ja, ähm. Und nur zur Erinnerung, das ist der Kerl. Der wie so ein, äh, der durch die Trojaner durchgepflügt ist, wie durch Strichmännchen. Oh. Hä, 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 hä. Ähm, ja. Und Schwert. Es wird dann oft beschrieben, dass der Boden ziemlich rutschig war von dem ganzen Blut. Ähm. Und, ja, Ajax muss dann irgendwann erkennen, dass er Hektor nicht länger zurückhalten kann. Und wendet sich deswegen an die Griechen. Männer, es muss jetzt gekämpft werden. Nochmal. Weil, äh, weiter können uns die Trojaner nicht zurückdrängen. Hinter den Schiffen haben wir keinen Schutz. Wir haben keine Stadt, in die wir uns flüchten können, im Gegensatz zu ihnen. Äh. Unsere einzige Chance ist, die Trojaner mit dem Feuer abzuwehren. Anscheinend haben sie ihn beim ersten Mal nicht verstanden gehabt. Aber andererseits, äh, ja. Wenn ich Hektor so auf mich zukommen sehen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch rennen. So geht's auch bei den Schiffen ab. Ähm. Und dann hatten wir ja gehört, dass Patroplos losgerannt ist, um Achill aufzusuchen. Und, ähm, ja, Achill sitzt tatsächlich entspannt in seiner Lagerhütte bei seinem Schiff. Und ist etwas irritiert, als Patroplos, äh, Tränen überströmt, ähm, zu ihm, äh, hereinkommt. Er ist dann irgendwie auch ziemlich frech und meint, du weinst wie ein Mädchen. Naja, wenn die beiden aber ein Paar waren, kann man das auch anders sehen. Ja, ich meine, auch wenn sie Best Buddies waren. Also es ist, es ist ja immer so ein bisschen der Streit, ist Patroplos jetzt einfach bloß ein sehr guter Kumpel gewesen? Oder war er mehr für Achill? Weil es war ja bei den Griechen nicht unüblich, dass man sich, äh, ein Gespielen gesucht hat, als Mann von Welt. Ähm, darüber streiten sich die Forscher seit Jahren und wir werden da heute nicht zu einem Schluss kommen. Aber in beiden Fällen... Man muss nicht unbedingt als frech gewertet werden, ja? Also in beiden Fällen kann es auch einfach Sorge sein. Und man drückt es halt anders aus, weil man ein starker Mann ist. Zumindest aus griechischer Sicht. Ähm, ja, also er, er fragt ihn auch direkt, was ist ein Schlimmes passiert? Und, ähm, Patroplos erklärt ihm halt, dass er Mitleid mit den Griechen hat, weil die großen Helden sind alle verwundet. Und Diomedes, Odysseus, Menelaos, Agamendon, Eurypylus, ähm, die können im Moment alle nicht kämpfen und Achill ist aber weiterhin stur und, äh, weigert sich zu kämpfen und das kann Patroplos nicht so wirklich verstehen. Es geht ihm sehr nahe, dass seine Waffenbrüder jetzt gerade niedergemetzelt werden. Selbstverständlich. So. Ähm, und er meint dann, ja, also, wenn du wegen den Entscheidungen der Götter oder deiner Mutter nicht kämpfen kannst, ist okay, äh, schick dann doch wenigstens mich und deine Truppen los. Und, mach mal das doch so, ich zieh deine Rüstung an, dann meinen die Griechen, hu, Achill ist wieder mit uns und sind motiviert und die Trojaner denken sich, oh scheiße, da kommt Achill. Und das, das wird dann vielleicht schon reichen, um das Kriegsglück wieder zu wenden. Wie auch mehr er sich das vorgestellt hat, denn die Rüstung des Achill, ähm, passt so ein halbes Hemd hat dreimal rein. Ja, achill ist tatsächlich ein bisschen angefressen, dass ihm quasi unterstellt wird, dass er, weil seine Mutter es gesagt hat, nicht kämpfen möchte. Und er entgegnet so ein, was? Und überhaupt, mich hindert, hindert nur mein Stolz, weil ich ja so übel von Agamendon betrogen wurde. Ähm, und, und überhaupt, ich will auch gar nicht ewig hier beleidigt sein und den Kampf verweigern. Ich hab mir gesagt, ich greife dann in den Kampf ein, wenn die Schiffe bedroht sind. Was ja jetzt eigentlich der Fall ist, ne? Ja. Ähm, ja, aber solange sein Vetter, der große Eier, er gibt aber auch zu, dass er im Moment immer noch zu zornig ist, um tatsächlich Griechen zur Hilfe zu kommen. Aber, er stimmt dem Vorschlag von Pater Klaus zu, von wegen, ja, du kannst jetzt losziehen und ja, du kannst meine Rüstung mitnehmen. Ich erlaube dir, dass du die Trojaner zurücktreibst, aber von Hector und von Göttern hältst du dich bitte fern. Das, das kann nicht gut ausgehen. Ähm, und du kommst direkt wieder zurück, wenn die Schiffe gerettet sind. So ein bisschen wie, wenn Mami das Kind zum Einkaufen schickt. Ähm, und was hängt, er hängt dann noch an, dass es ihm ohnehin am liebsten wäre, wenn Pater Klaus und er die Letzten wären, die übrig bleiben von den Griechen, weil sie doch dann ganz einfach Troja einnehmen können. Also, so an Selbstvertrauen hat Achill nicht gemangelt. Genau. Aber Pater Klaus war halt auch kein Halbgott. Nö, Pater Klaus war ein normaler Sterblicher. Soweit ich das weiß. Ja. Aber ich meine, er muss schon was drauf gehabt haben, wenn er es zum Wagenlenker von Achill geschafft hat, aber... Ja. Ja. Aber er hat halt keinen göttlichen Schutz an seiner Seite. Nicht wirklich. Ähm, ja, während Pater Klaus sich da einkleidet mit, mit, ähm... Schuhen, die zu groß für ihn sind. Ja, mit Beinschienen, Harnisch, Schwerthelm, Schild und zwei Lanzen, aber nicht den großen Speer, weil der ist so schwer und groß, dass nur Achill ihn halten kann. Sag ich doch, halbes Handtuch. Ja, aber Ajax hätte das laut dem Text wohl auch nicht geschafft. Nö. Naja, wozu auch? Ich meine, er hat da sein 7 Meter Paddel. Ja. Richtig. Ruder. Ruder. Ähm... Ja, der arme Ajax ist inzwischen auch völlig fertig, der kann nicht mehr. Ähm, zu allem Übel zerschlägt ihm Hector dann auch noch den Speer, was dann auch Ajax erkennen lässt, dass Hector wohl gerade direkt von einem Gott beschützt wird und es wohl besser wäre jetzt, den Rückzug anzutreten. Und ohne Ajax, der Hector zurückhält, ist es halt auch ein leichtes für die Trojaner, das Schiff jetzt in Brand zu setzen. Und während das Schiff so vor sich hin brennt, äh, zieht Achill los, um seine Truppen zusammenzurufen und Patroklos, jetzt fertig gerüstet, besteigt den Schreitwagen des Achills. Mit dem hat es noch eine besondere Bewandtnis, nämlich Achill besitzt zwei unsterbliche Pferde. Die waren ein Geschenk der Götter zur Hochzeit seiner Eltern. Und wie die Rüstung hat Achill auch die beiden Pferde vererbt bekommen von seinem Vater. Also es hieß, dass er jetzt in die Schlacht ziehen wird. Ähm... Er hatte auch noch ein drittes Pferd, das war nicht sterblich, das ist später dann wichtig, aber das wird auch nicht näher beschrieben. Also drei Pferde sind vor dem Streitwagen vorgespannt und... ja. Achill schickt dann auch seine Truppen los, die größtenteils, wie ich festgestellt habe, aus Halbgöttern bestand. So ein Sohn des Hermes zum Beispiel. Ja. Und weitere Söhne von Flussgöttern. Flussgöttern gab es ja viele, also jeder Fluss hatte einen Gott, der da drin gewohnt hat. Ja. Ein bisschen wie in Japan, wie er Hiro gesehen hat, und das. Ja, und Achill trägt seinen Truppen auf, dass sie jetzt gefälligst ordentlich kämpfen sollen, weil sie ihn nämlich schon seit seinem Streik in den Ohren gelegen haben. Dass sie bloß wegen ihm jetzt nicht kämpfen können, obwohl sie ja extra nach Troja gekommen sind, um zu kämpfen. Und jetzt sollen sie ihren Worten mal Taten folgen lassen. Und, ja, ordentlich zeigen, was sie können. Und er selber geht dann in sein Zelt zurück, und es wird beschrieben, dass er da eine Truhe hat, mit Geschenken von seiner Mutter, der Flussgöttin, ne? Flussgöttin Thetis. Ja, eigentlich Meeresgöttin. Meeresgöttin. Also. Aber Tochter eines, tatsächlich Tochter von dem Meeresgott, der älter ist als Poseidon. Ja. Stimmt. Yeah. Ja, weil die Flüsse waren immer männlich und die Bäume waren immer weiblich. In der Antike. Ja. Ähm. Genau, also er hatte eine Truhe mit lauter Geschenken von seiner Mutter. Und da holte er einen wertvollen Becher raus, aus dem bisher nur er und gewissermaßen Zeus getrunken haben. Wieso Zeus? Naja, es wurden ja früher viele Trankopfer dargebracht. Die Griechen haben ja eigentlich für alles erstmal ein Opfer dargebracht. Und das Einfachste war eben das Trankopfer. Man hat ein bisschen Wein in einen Becher gefüllt und hat den dann auf den Boden geschüttet. So wie ich das verstehe. Ja. Und mit diesem Becher bringt er Zeus dann eben wieder ein Trankopfer dar und bittet darum, dass a, die Griechen siegen sollen und b, dass Patroklos unverletzt wieder zu ihnen zurückkommen soll. Ja, Zeus hat da ein bisschen andere Pläne. Also er akzeptiert, okay, die Griechen dürfen gewinnen, wenn Achille jetzt nicht mehr sauer ist. Äh, das mit Patroklos. Äh, nein. Ja, und danach setzt Achille sich wieder hin und sieht einfach bloß zu. Ich bin auch nicht so ganz sicher, ob tatsächlich so ein Sohnbecher gemeint ist oder so eine Träkschale, wie die Griechen früher hatten. Das ist ja auch nur die Träkschale geblieben ist in der Truhe. Ja. Nein, das war jetzt einfach bloß meine Überlegung. Ist das hier einfach die Übersetzung aus dem 18. Jahrhundert geschuldigt oder hatten die Griechen tatsächlich so ein Sohnbecher? Werde ich mal nachlesen. Ich denke, die hatten ein Verschiedenes. Ja. Ja, ähm. Was soll man sagen? Der Plan des Patroklos scheint tatsächlich zu funktionieren. Die Trojaner sehen ihn in Rüstung von Achille. Und sie sehen, ähm, ja, die Soldaten des Achilles wurden auch die Wölfe genannt. Äh, sie sehen die Wölfe des Achilles auch sich zukommen und flüchten. Es gelingt, äh, denen dann tatsächlich die Trojaner vom brennenden Schiff zu vertreiben, äh, das Feuer zu löschen, sodass nur das halbe Schiff verbrannt ist. Und die Griechen stürmen weiter den Trojanern nach. Und, naja, Ajax versucht man wieder mit seinem Lieblingsfeind Hector sich zu messen. Er versucht ihn mit dem Speer zu treffen. Äh, es funktioniert aber nicht, weil Hector eben anders, als das immer von den Griechen vermutet wird. Im Gegensatz zu Paris, seinem Brüderchen, ist er ja recht kampferfahren. Und er verteidigt sich recht gut mit dem Schild. Merkt aber, dass eben das Kriegsglück sich von den Trojanern abwendet. Und man sich jetzt vielleicht zurückziehen sollte. Und wie er das eben immer so macht, er verteidigt erst mal seine Kampfgefährten, bevor er sich dann selbst wieder über den Graben zurückzieht, um zurück nach Troja zu flüchten. Aber wo kein Graben mehr ist. Hm, nein. Da ist jetzt, äh, eingestampft von Apollo. Das dürfte Poseidon auch nicht so getaugt haben. Ich meine, er und Apollo hatten beide schon geplant, wie Mauer und Graben nach dem Trojanischen Krieg beseitigt werden. Ja. Das ist... Aber, na. Ja, und hier ist jetzt so der große Fehler, den, äh, Patroklos begeht. Nämlich anstatt sich, äh, ja, wie Achille ihm das befohlen hat, sich zurückzuziehen, ähm, kämpft er weiter gegen die Trojane und setzt denen nach. Und der erste große Mann, sozusagen, der, äh, ihn zum Opfer fällt, ist Sarpedon. Den haben wir im letzten Video schon kennengelernt. Der war der König von, oder ein König von Lykien. Und, ähm, sohn des Zeus. Und, wir wissen, Zeus hat seine Kinder immer sehr, 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 äh, betüttelt. Könnte man das so sagen? Ja. Ähm, und eigentlich würde er am liebsten seinen Sohn jetzt und hier vor Patroklos retten. Und, ähm, da mischt sich dann aber Hera ein und sagt ihnen, äh, du, so geht das hier nicht. Weil nämlich, das, äh, das legt sie eigentlich ganz richtig da. Wenn alle Söhne, äh, alle Söhne, ja genau. Wenn alle Götter ihre Söhne aus diesem Krieg retten würden, gäbe es ja so gesehen keinen Krieg mehr. Also, dann... Ja, denn das ist ein Crossover der Halbgötter. Ja. Das Säuer, äh, wird ja unter anderem auch deswegen dieser Krieg geführt, um die Halbgötter so ein bisschen zu dezimieren. Weil da einfach zu viele auf Erden unterwegs waren. Ähm. Ja, also dementsprechend sagt sie ihm, also, du wirst deinen Sohn hier jetzt nicht retten. Ähm, du kannst ihn ja nach seinem Tod von Schlaf und Tod abholen lassen, dass sie ihn dann in die Heimat zurückbringen, damit er dort ordentlich bestattet wird. Ja, Zähne knirschend muss Zeus dem zustimmen. Und ein Speer von Patroklos tötet Sarpidon dann ziemlich schnell. Ähm, und die Freunde des Königs eilen dann herbei. Das sind Glaukos, Gineas, Polydamus, Agenor, Hector, die einen alle herbei, um den Leichnam zu verteidigen. Und es entbrennt dann ein ziemlicher Kampf um die Leiche des Sarpidon. Ähm, ja, es war im Endeffekt Tauziehen um eine Leiche. Anders kann man das nicht nennen. Und, äh, Zeus, der das alles mit angesehen hat, überlegt so, ob er Patroklos nicht einfach jetzt hier gleich hier und jetzt umbringen sollte. Weil er ja seinen Sohn auf dem Gewissen hat. Und er überlegt sich das und stellt dann fest, Hm, vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht ist es sinnvoller, wenn er jetzt noch ein bisschen Erfolg hat und dann durch die Hand von jemand anderem fällt. Es wäre auch ein bisschen schwer gewesen, Achill dann zu motivieren, zu kämpfen. Also wenn es irgendwie heißt, ja, dein Freund wurde von einem Blitz Zeus hier gestreckt. Ja. Gegen wen richtet sich denn dann sein Zorn? Gegen die Götter. Ja. Das wird helfen. Ja. Ja, die Griechen sind dann erfolgreich im Tauziehen um Sarpidon. Sie plündern seine Rüstung und, ähm, bevor sie dann noch mehr machen können mit dem Leichnam, schaltet sich Apollo ein. Er entwendet den Leichnam, bringt ihn in seinen Tempel, wäscht ihn dort erstmal mit Flusswasser, salbt ihn mit Ambrosia und schickt eben dann den Gott des Schlafes und den Gott des Todes los. Ähm, das sind in der griechischen Mythologie interessanterweise Zwillinge. Der Gott des Schlafes, den haben wir das letzte Mal schon kennengelernt, das war Hypnos. Und der Gott des Schlafes, sein Zwillingsbruder, ist Thanatos. Thanatos oder, wenn ich es jetzt richtig griechisch aussprechen würde, wahrscheinlich Sarnathos. Nein, Thanatos, weil wir uns kein TH. Ah, Sarnathos. Das, was die meisten Leute nicht wissen, ja. Ähm, TH ist auch im Griechischen ein TH. Und im Griechischen ist das eine Null mit einem Punkt. Habe ich mal gelehrt. Die macht immer Bronze-Appleinisch. Und die beiden schnappen sich dann den Leichnam und fliegen ihn zurück in seine Heimat Lykien, wo er ihm dann auch in allen Ehren bestattet wurde. Und gerade auf Vasenbildern treten die beiden recht häufig auf, um gefallene Helden dort hinzubringen, wo sie hingehören. Das ist nur so ein Rande. Türchen. Ja. Patroklos wird ziemlich übermütig, nachdem er jetzt einen mächtigen Gegner niedergestreckt hat. Ähm, und rennt den Trojanern weiter hinterher, nicht bis zu den Stadtmauern. Und versucht dann auch, die Stadtmauer zu erklimmen. Und das schafft er dann bloß nicht, weil Apollo auf den Mauern steht und dafür sorgt, dass Patroklos nicht rüberkommt. Er schickt ihn, also Patroklos versucht es dreimal und dreimal wirft ihn Apollo wieder von der Mauer. Und nach dem dritten Mal zieht Patroklos dann auch ein bisschen demütig ab. Und Hector überlegt seinerseits, ob er jetzt wieder zurück in die Schlacht ein soll oder sich mit seinen Männern hinter den Trojanischen Mauern verschancen soll, weil das hat ja bisher eigentlich auch mal gut geklappt. Die Griechen haben es bisher nicht geschafft, die Trojanischen Mauern einzunehmen, weil wir erinnern uns, die sind vom Poseidon gebaut worden. Ja, und wenn jetzt auch noch eben der Gott oben Wache steht, dann fällt die Mauer von Trojan gar nicht. Und an der Stelle verwandelt sich Apollo in einen Onkel von Hector und hält ihm eine Standpauke, kann man so nennen, weil im Endeffekt beschimpfte ihn als Feigling, der sich zu Tode schämen sollte, dass er jetzt für die Griechen den Schwanz einzieht und sagt ihm, hey, probier doch einfach mal auf Patroklos oder eben Achill vermeintlich loszustürmen und vielleicht schenkt dir der Gott Apollyon den Sieg. Zwinker, zwinker. Ja, Hector lässt sich davon tatsächlich bequatschen und kehrt in die Schlacht zurück und stürmt direkt auf Patroklos zu in seinem Streitwagen. Und ja, jetzt geht das Steinewerfen wieder los. Weil Patroklos schnappt sich seinerseits einen gezackten Marmorstein, steht hier, und wirft den, den Wagenlenker von Hector an den Kopf, der im Übrigen ein Halbbruder von Hector ist. Also Priamus hatte einige Bastarde, das heißt, das waren Kinder mit Frauen, mit denen er nicht verheiratet war. Ja. Priamus hatte ja mehrere Frauen, aber auch ein paar Geliebte, mit denen er eben nicht verheiratet war. Ja, also Patroklos erschlägt mit einem Stein den Halbbruder von Hector und macht sich dann auch noch über ihn lustig, wie toll er doch tauchen kann, ob er das irgendwie gelernt hat, weil er auf dem Meer als Austerntaucher gearbeitet hat. Patroklos fand sich in dem Moment anscheinend ziemlich witzig. Und dann geht auch gleich wieder das Tauziehen um die Leiche los. Patroklos hält die Leiche am Fuß fest, Hector zieht am Kopf und es dauert dann tatsächlich bis zum Abend, bis die Griechen den Kampf um diesen Leichnam gewinnen. Ähm, das macht Patroklos dann nur noch noch übermütiger, falls das möglich ist. Ähm, und, ja, an der Stelle scheint Apollo der Meinung zu sein, es reicht. Er hüllt sich in dunklen Nebel und greift seinerseits in den Kampf ein. Er hat ja von Zeus im Gegensatz zu den anderen Göttern auch die Erlaubnis dazu bekommen. Ähm, und er verpasst Patroklos einen Schlag zwischen die Schultern. Also er taucht hinten auf, verpasst ihm von hinten einen Schlag. Und dem armen Kerl wird daraufhin sehr schwindelig, ihm fällt der Helm vom Kopf, der Schildriemen reißt, die Riemen am Harnisch reißen auf. Ähm, Apollo zerbricht noch seine Lanze und sorgt dafür, dass er für einen Moment völlig starr ist vor Schreck. Und in dem Zustand kann er sich halt nicht gegen die Trojaner wehren. Und es ist dann ein Typ namens Euphorbos, Euphorbos, ähm, der ihn von hinten mit einer Lanze durchbohrt und Hector seinerseits greift ihn von vorne an und durchbohrt ihn den Bauch. Und, naja, nachdem Patroklos sich vorhin so lustig drüber gemacht hat, als sein Wagenlenker gestorben ist, steht Hector dem jetzt nichts nach und macht sich drüber lustig, was denn jetzt der tolle Achill für Patroklos überhaupt gebracht hat. Also was hat euch Achill denn überhaupt gebracht? Ähm, Patroklos liegt im Sterben und wie das so ist, wir haben noch ein paar berühmte letzte Worte und im Endeffekt sagt er zu Hector, dass dieser ohne Zeus und Apoll ihn nicht hätte besiegen können. Ähm, und er nicht etwa von Hector, äh, zur Strecke gebracht wurde, sondern von dem Gott Apollo und, ähm, von dem stärklichen Euphorbos, bei der ja auch den ersten Schlag mit der Lanze hingekriegt hat. Ähm, und Hector steht der Tod durch Achill sowieso kurz bevor, also soll er sich jetzt lustig machen, das bringt ihm auch nichts mehr. Hector nimmt das nicht so ganz ernst und antwortet, Achill kriege ich auch noch klein. Ja, wenn man halt überheblich wird, ne? Ja, und an der Stelle ist Patroklos dann auch tot. Ähm, der Wagenlenker von Patroklos, äh, flüchtet, so schnell er kann, mit den unsterblichen Rossen, damit die nicht Hector in die Hände fallen, weil das wäre ja dann noch schlimmer, wenn der nicht nur irgendwie göttlichen Beistand hat, sondern auch noch unsterbliche Rösser. und, ähm, ja, es geht der dritte Streit um eine Leiche heute los, nämlich um die von Patroklos, weil der trägt ja auch noch schön, äh, den Harnisch von Achill, den will man natürlich haben. Und an der Stelle sind es dann Menelaos und, ähm, Euphorbus, Euphorbus, die sich um die Leiche streiten und, äh, ja, Euphorbus streitet nicht lange mit, er fällt ziemlich bald durch die Hand von Menelaos und, ähm, Menelaos hätte gewonnen, wenn nicht Apollo der Meinung gewesen wäre, okay, die unsterblichen Rösser kriegt Hector jetzt nicht, wir schicken ihn mal wieder zurück zu der Leiche von Patroklos. Und, ja, Hector schafft es dann auch ziemlich schnell, Menelaos zu vertreiben. Der rennt dann seinerseits los, um den großen Ajax um Hilfe zu bitten. Ähm, und Patroklos, was ist es? Die Leiche von Patroklos, so rum, äh, zu verteidigen, weil, ähm, Hector will nicht nur die Rüstung plündern, sondern er hat vor, den Leichnam zu schleifen. Äh, das kann man ziemlich wörtlich nehmen, Man bindet das Ding an einen Streitwagen, und fährt. Genau. Und später wirft man den Leichnam, dann den Hunden, zum Fraß vor, was, so das Schlimmste ist, was einem Toten passieren kann, weil ohne die richtigen, äh, Riten, kann er nicht in die Unterwelt ziehen. Und, ja, seine Seele hängt dann gewissermaßen, so zwischen der Welt der Lebenden und der Toten fest. Das ist später bei Ephigenia dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, ja, und Hector, auf jeden Fall schafft er es, äh, Patroklos die Rüstung abzuziehen, weil, wie gesagt, die ist von Achill und die ist toll und die will man haben. Und, es gibt dann ein kleines Streitgespräch zwischen Hector und, äh, Glaukos. Wir erinnern uns, Glaukos war ein ziemlich guter Freund von Sarpedon und ebenfalls ein König aus Nukien und ist so gar nicht begeistert, ähm, dass Hector sich, nachdem er jetzt die Rüstung erobert hat, äh, zurückzieht, weil eben jetzt der große Ajax mit Gefolge ankommt. Und sagt ihm im Endeffekt, Hector, du bist ziemlich feige, ähm, und wir Lykia, nachdem einer von unseren Königin jetzt gefallen ist, werden dir jetzt nicht mehr helfen, sieh zu, wie du Troja alleine verteidigst. Das ist natürlich ein Problem, weil Troja selber ist ja bloß eine Stadt, während die Griechen ja wirklich aus allen Teilen des Landes Krieger zusammengezogen haben. und dementsprechend ist Troja auf seine Verbündeten angewiesen und deswegen kann Hector sich jetzt nicht zurückziehen, sondern er muss dafür sorgen, dass die Lykia weiterhin auf ihrer Seite sind. Und was macht er an dieser Stelle? Ähm, ja, er widerspricht und zieht sich die Rüstung des Achilles an, die eben ein Geschenk der Götter an den Vater des Achilles waren, als dieser die Mutter von Achille geheiratet hat. Das heißt, wir haben hier eine göttlich geschmierte Rüstung. Ähm, ja, Zeus beobachtet das alles und äh, ja, ist davon nicht so begeistert. Also im Endeffekt ist es so, wow, ganz schlechter Zug, Junge. Ähm, du hast gerade den Freund von Achille erschlagen und jetzt schmückst du dich auch noch mit seiner Rüstung. Ähm, und an der Stelle hätte er normalerweise Hector niedergestreckt, hat sich aber dagegen entschieden, weil er ihm gemeint hat, naja, er wird das eh nicht überleben und er wird sich nicht mal mehr von seiner Frau verabschieden können. Deswegen sorgen wir nochmal dafür, dass er ein bisschen siegreich ist. Guten Abgaben. Ja. Ähm. frei. Ähm. In dem Sinne sorgt er dafür, dass die Rüstung von Achille wie angegossen an Hectors Körper passt. Ähm, er sorgt dafür, dass Aris nochmal den Geist von Hector beseelt, was vielleicht nicht die beste Idee ist, weil wir erinnern uns, Aris war der Gott der kopflosen Kriegsführung. Ähm, und er sorgt dafür, dass Hector wieder topfit ist. Er fühlt sich wie ein junger Gott. Nicht müde, topfit und erlüstert nach Blut. Ja. Ähm. Und damit entbrennt erneut der Kampf um die Leiche von Patroklos. Inzwischen ist er Ajax angekommen und als er so den von Aris beseelten Hector sieht bekommt er es auch mit der Angst zu tun was wir bisher noch nicht oft hatten. Ich glaube wir hatten erst zweimal dass Aris Ajax nicht Sorgen gemacht hat. Ja. Und er wendet sich an mir hinaus und sagt ihm ruf bitte mehr Griechen zu Hilfe wir können das hier nicht alleine schaffen. Und der Erste der an der Stelle kommt ist der kleine Ajax und weitere Folgen während Aeneas und Hector von Apollo angespornt werden keine Partei will aufgeben es ist eigentlich ein ziemlich unwürdiges Ziehen um einem Leiche muss man an der Stelle sagen Ja wir machen einen kurzen Schwenk zu den Pferden von Achill die sind ja mit dem Wagenlenker weg vom Schlachtfeld und wir erfahren dass die unsterblichen Pferde weinen können wie Menschen sie trauern um Patroklos der eben gefallen ist und weinen und der Wagenlenker schafft es nicht mehr sie weder mit Schmeicheln noch mit Peitsche wieder in Bewegung zu setzen sondern sie stehen da bloß und weinen und weinen und weinen und sie weinen so schlimm dass Zeus Mitleid bekommt weil es waren ja Geschenke von ihm die beiden Pferde oder von Poseidon aber ja es war so ein Gemeinschaftsgeschenk würde ich mal sagen und entscheidet an der Stelle also Hector soll diese Pferde nicht bekommen und die Pferde sollen sich hier aber auch nicht zu Tode grämen er schickt ihnen Mut und Stärke woraufhin die beiden ähm ja so schnell losrennen dass ihr Wagenlenker überhaupt nichts mehr tun kann um sie zu bändigen und sie reiten also was heißt sie reiten sie rennen galoppieren direkt wieder in die Schlacht zurück und ähm da sieht eben dann der Wagenlenker einen Mann namens Alkinedon der nach Patroklos der beste Wagenlenker der Griechen sein soll und äh sagt halt dann hey vielleicht kriegst du diese Pferde unter Kontrolle hilf mir ich kannte ihn ganze fünf Minuten ähm ja und äh Hector und Aeneas sehen eben dass die äh unsterblichen Rösser wieder zum Greifen nahe sind man will die haben und dementsprechend ähm setzen die ihnen dann nach und äh während Hector und Aeneas abgelenkt sind können halt die beiden Ajaxe und Minenaos weiter um die Leiche von Patroklos ähm den Streitwagen dann erstmal nicht weiter nutzen konnte für Charlie das dritte Pferd hieß Charlie wahrscheinlich das dritte Pferd Candy Mountain ähm bitten damit ich den Leichnam unseres toten Freundes hier verteidigen kann das freut Athene natürlich sehr dass sie ihn gar nicht erst dazu auffordern musste doch zu Athene zu beten sondern dass Milenaos von selbst auf die Idee gekommen ist und dementsprechend gewährt sie ihm diese Bitte ihn stärker zu machen ja Apollo lässt sich von seiner Halbschwester aber auch nicht übertrumpfen und wendet sich in Menschengestalt abermals an Hector und sagt ihm recht unverfroren hey hör mal wer wird dich denn in Zukunft noch ernst nehmen wenn du jetzt vor Milenaos flüchtest vor diesem Weichling vor diesem Typen dem die Frau von deinem kleinen Bruder geklaut wurde und ja das reicht tatsächlich aus um Hector nochmal so einen Buß zu geben und Zeus schickt seinerseits Blitz und Donner und die Trojaner deuten das als Siegeszeichen während Ajax Ajax hat wohl genug für den war der Tag heute schon lang genug er hat viele Freunde fallen sehen und hat sich oft zurückziehen müssen weil er verfällt dann nämlich in Klagen er jammert im Endeffekt und er jammert so herzerweichend dass Toys Mitleid mit ihm bekommt und seine Gewitterwolken wieder zurückschiebt und ja es scheint dann wieder die Sonne auf dem Schlachtfeld ähm genau und Ajax fängt sich danach wieder als kein Blitz und Donner mehr über den Himmel zucken und wendet sich wieder an Melaos mit dem Auftrag hey Nestor hat doch diesen Sohn Antilochos der schnellste Läufer ist den wir haben neben den kleinen Ajax schickt den doch mal zu Achill und sag ihm er soll herkommen um die Leiche von Patroclos zu retten weil wir schaffen das hier nicht alleine ähm ja Antilochos ist schnell gefunden wird losgeschickt und Ajax tut das was er irgendwie in den letzten Folgen auch heftig äh mal kurz was trinken ja Ajax tut das was er schon häufiger getan hat er hebt die Leiche des Patroclos hoch weil er persönlich nicht so viel Vertrauen darin hatte dass Achill jetzt auch tatsächlich auftaucht um zu helfen schritten er schultert die Leiche und rennt los zu den Schiffen ähm die Trojaner versuchen ihm die Leiche zwar abzujagen aber haben wir diese Szene Ajax muss sich bloß umdrehen und die Trojaner suchen das Weite Wundert Wundert's Ja wir hatten das ja auch schon Ja wir reden immer noch von dem Kerl Ja der würde auch mit der Leiche auf dem Rücken die Leute über den Haufen rennen Ja Ja die anderen Griechen sehen dass Ajax davon rennt und rennen hinterher und werden ihrerseits dann von Hector und Ineas verfolgt Ja dann kommen wir wieder zurück zu Achel der sitzt nämlich wieder bei den Schiffen sieht zu und ist relativ unzufrieden dass die Griechen sich schon wieder zu den Schiffen haben zurück drängen lassen weil das heißt er muss schon wieder eingreifen mit seinen Leuten ähm und während er da so sitzt und sich ärgert taucht Antilochos auf kommt weint auf ihn zu gerannt und ruft ihn schon von Weitem zu ähm Patroklos ist tot äh Griechen und Trojaner kämpfen um seine Leiche und die Waffen von ihm hat sich schon Hector geschnappt ja und das ist so das letzte was Achill in dem Moment hört weil dann wird ihm schwarz vor Augen und er fällt zu Boden ja davor hätte ich jetzt auch Angst und ja wenn sich jetzt einer wundert dass da irgendwie ziemlich viel in einem Tag passiert ja ähm das liegt daran dass wir ja viele Sachen haben die zeitgleich passiert sind und ähm ich habe gesehen dass tatsächlich äh Hera später dem Sonnengott sagen muss jetzt sorgt mal dafür dass es Nacht wird das ist für heute genug passiert also haben anscheinend die Götter nicht nur ihre Finger im Kampf im Spiel sondern auch dabei wie lang so ein Kampf dauert ja gut also wie gesagt Nachts hat sich nicht so gut kämpfen lassen weil im Gegensatz zu heute war es nachts wirklich dunkel also ich musste mal während einem Stromausfall durch Bruck laufen und habe echt Sorgen gehabt dass ich irgendwie in die Amper stolper weiß war so stockdunkel das einzige dicht das ich hatte war mein Fahrrad dynamo ich kann nur erneut betonen wenn mich nicht ein blitz gerettet hätte da hat Zeus auf mich mal gut aufgepasst wäre ich bei einer nächtlichen Wanderung vier Meter in einen Abgrund gesturzt und dann in einen kleinen Bach ja und ich hatte also es hatte geregnet und ich habe es plätschern gehört und ging davon aus dass der regn so stark geworden ist ja oder dass es halt irgendwo ein bisschen was runterläuft ja ich werde was ich gedacht habe das wollte ich dir auch nicht unterstellen dass du es nicht wusstest ja und natürlich ist es nachts kälter als draußen es ist aber auch dunkler also ja wenn man weiter draußen aus München ist ja und das letzte mal als ich nachgeschaut habe war Troja weit außerhalb Münchens ja nicht dunkel jetzt könnt ihr sagen aber in anderen städten gibt es nicht glaube ich nicht ja gut das war aber auch vor den Toren der Stadt Troja die schiffe waren irgendwie drei stunden von Troja entfernt also dementsprechend ist vor den Toren der Stadt Troja sehr großzügig gesprochen ja ich denke das ist der Punkt an dem wir einen Cut machen und uns nächste Woche wieder bleiben wie es mit Achill weiter geht hurra hurra wir kommen endlich da an wo der normale Verlauf von so Filmen und sonst anfängt ja und die coole Action mit Ajax der irgendwie von Schiff zu Schiff springt während er alles ausgelassen weil es lässt die Achill alt aussehen denn wir werden dann sehen so viel ist jetzt nicht mehr übrig von dem Krieg das heißt die großen Sachen hat Achill alle verpasst ja also Achill hat irgendwie noch zwei drei Tour sind als dass sie jetzt viel für den Krieg bewegt hätten Oh dann ist der Krieg auch schon rum Wir wissen ja dass er zehn Jahre dauert Spoiler Alarm wir sind fast durch mit Jahrzehn Und jetzt kamen schon die Pferde vor die ersten Haar Sie waren noch nicht aufs Holz so knapp daneben Ja gut aber in der Folge davor haben ja Odysseus und Diomedes Pferden geklaut Ja richtig stimmt also ihr habt es schon fast geschafft Pferde werden weniger eins ist heute schon weggestorben wenn nur noch eins übrig ist das ist das aus Holz So und in dem Sinne schöne Woche bleibt gesund man sieht sich Bis nächste Woche Ciao 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 Vielen Dank.